Laut der Uni Hamburg belaufen sich ja die gesamtgesellschaftlichen Kosten der Adipositas in Deutschland auf etwa 63 Milliarden Euro pro Jahr. Bei Alkohol sind es nur 57 Milliarden Schäden. Also Zucker ist schädlicher als Alkohol. Spielt in der gleichen Liga, ja. Da kann man also sagen Mai Tai statt Ü-Ei. Ja, also der Unterschied ist klar. Oder Korn statt Flakes. Das ist richtig. Einen noch? Wodka-O statt Haribo. Wodka-O statt Haribo, ja genau. Aber das kann zu einem Schlaganfall führen und dann wäre es dann wirklich so. Also Hirn-K.O. durch Haribo.